Willkommen bei uns beim Würfelorden und willkommen zu einem unboxing auf meinem bzw insgesamt produkt review auf meinem basteltisch ich habe vor nicht so langer zeit geburtstag gehabt und habe mir da eine kleinigkeit gegönnt und zwar die steine werfenden haradrim von unrealist managers und man muss wirklich sagen die modelle sind top also damit bringt man what you see what you get auf ein ganz neues level und das finde ich schon wirklich wirklich cool ich finde das insgesamt super wenn man einfach ausrüstungsoptionen wie eben zum beispiel wurfsteine für das mummack darstellen kann die figuren sind so ziemlich eine der schönsten figuren die ich von unrealistisch in der hand gehabt habe was ich schon sehr positiv erwähnen muss ist sie sind aus einem guss das heißt wir haben zehn minis wie immer und wir müssen dabei nichts kleben ich hatte kaum gussgrade wir haben keine löcher also die modelle sind wirklich super super schön optisch passt uns auch perfekt also von der vom wand her passt perfekt in die reihen der haradrim und bringen einfach ein bisschen abwechslung in die eigenen truppe rein das einzige was ein bisschen von der normalen uniform der haradrim abweicht das ich einfach sehr lustig finde zu erwähnen ist dass die dass die uniform dieser raden also der steinwerferraten keine ärmel haben während die normalen haradrim das sehr wohl haben was gibt es sonst über diese figuren zu sagen man muss einfach sagen es ist eine eine sammlerfigur man braucht es nicht unbedingt was ich es eben sehr gut durch die normalen haradrim ebenfalls darstellen lassen das sind ja auch die die das mitgeliefert werden mit mummack also ist es nicht unbedingt notwendig sich jetzt diese steine werfen den haradrim zu kaufen wie gesagt das ist eine schöne ergänzung wenn es einem gefällt aber zwingend notwendig ist es nicht das heißt sie sprechen ja eigentlich von einem luxusprodukt okay fast unser gesamtes hobby bis ist ein luxusprodukt aber auch der preis hier ist schon sehr stolz und zwar sind wir bei drei minis bei 16 euro das sind ungefähr 5,33 euro pro figur das ist sogar 18 teurer als eine brunnenbache und das muss man sich natürlich auf der zunge zergehen lassen weil es für ein modell was man nicht wirklich braucht sind halt 85 30 pro figur schon schon nicht gerade billig außerdem komme ich nach noch zu einer anderen sache was das modell noch ein bisschen ich sage mal negativ beeinflusst nennen wir es so die umsetzung der figuren ist top da hat sich analyst meiner meiner nach selbst übertroffen und von der idee her sowieso genial weil es einfach wirklich sehr 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 viel er macht aber kommen wir jetzt zu einem vergleich und zwar habe ich schon beim bemalen bemerkt aber leider sieht man es im vergleich auch die größe stimmt zwar schon also sie sind ziemlich genau gleich groß aber die von haradrim sind deutlich schmächtiger und man muss halt einfach leider sagen warum sollte man die schmächtigsten kerle zum steine werfen nehmen in summe wenn man sie in der armee drin hat werden sie untergehen das heißt also untergehen im sinne von wird man sich merken dass die so viel schlanker sind und dergleichen das heißt das fällt dann gar nicht mehr auf aber im großen ganzen sollte man sich das durchaus beachten auf dem mummack machen sie ein tolles bild zwischen den ganzen haradrim wie sie sehen könnt es wertet meiner meinung nach einen mummack kill wirklich total auf du hast abwechslung drin und stellst eben damit wirklich das modell perfekter ich hoffe durch dieses kleine aber feine review habe ich euch das ganze näher bringen können die modelle euch zeigen können und was ihr halt davon haltet ich persönlich finde sie sehr schön mir gefällt das motiv mir gefällt die idee wie gefallen sie euch habt ihr euch vielleicht selber cool wie habt das ihr bemalt und was ich noch ganz besonders von euch wissen möchte das ist jetzt das erste produkt review was ich in der form macht auch das erste video was ich nach synchronisiert ich habe noch zwei andere sachen und zwar habe ich noch deren helm und den neuen helm hammerhans von analyst managers für euch als video sagt einfach ob euch die art von video gefällt dann werde ich das auch zukünftig öfter machen jetzt möchte ich mir nochmal bedanken danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal